Für diese Medi, es sei denn, du fährst Auto oder Fahrrad gerade, schließ deine Augen, schließ dir deine Augen, atme tief durch die Nase ein, durch den Mund aus, dann bring deine Aufmerksamkeit in deine innere Welt. Spüre dich hier, nimm dich wahr, nimm hier und jetzt mit dem, was ist, ohne es zu bewerten, einfach nur wahrnehmen. Dann bring deine Aufmerksamkeit in dein Herz. Und intuitiv entscheide dich jetzt, in welche Zeit deiner Zukunft du gerne reisen möchtest, um dein zukünftiges Ich zu treffen. Ganz intuitiv, was ist das Erste, was kommt. Das kann in sechs Monaten, in einem Jahr, in 20 Jahren, in 50 Jahren sein. Intuitiv, was war das, was als erstes für dich kam. Und dann stell dir vor, wie vor dir so eine wunderschöne Brücke aus goldenem Licht entsteht. Und wie du jetzt auf dieser Brücke entlang gehst, und mit jedem Schritt, den du auf dieser goldenen Brücke entlang gehst, bist du wie magnetisch angezogen von deinem zukünftigen Ich. Und mit jedem Schritt auf dieser Brücke entspannst du mehr und mehr. Tiefer, tiefer. Du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und jetzt kommst du auf der anderen Seite der Brücke an. Und du bist jetzt an dem Ort, wo dein zukünftiges Ich lebt. Blick dich hier einmal um. Wie dieser Ort aussieht, von der gesündesten, erfülltesten, glücklichsten Version deiner selbst. Und in deiner Zukunft. Und dein zukünftiges Ich kommt jetzt hier auf dich zu. Und sie oder er freut sich so sehr, dass du da bist. Es nimmt dich hier in den Arm. Und sag Danke, dass du gekommen bist. Und du spürst die Energie von deinem zukünftigen Ich. Diese Ruhe. Das Urvertrauen, das dein zukünftiges Ich ausstrahlt. Und dein zukünftiges Ich setzt dich jetzt mit dir hier gemütlich irgendwo hin, wo es sich für euch gerade schön anfühlt, sich hinzusetzen. Und dein zukünftiges Ich blickt dich an und sagt. Du kannst dir vertrauen. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, kreierst du mich. Danke. Und du hast jetzt die Möglichkeit, dein zukünftiges Ich zu fragen. Was du gerne fragen möchtest. In Hinblick auf deine Manifestation. Und dann erlaube dir hier einfach, einen Moment mit deinem zukünftigen Ich zusammen zu sitzen. Und einfach dankbar zu sein. Dankbar für diese Zukunft. Dankbar für all die Herausforderungen, die du gemeistert hast. Dankbar für dich, für dein Leben. Und erlaube dir, ganz tief in diese Zukunft hineinzuentspannen. Und dann leg hier für einen Moment deine Hände auf dein Herz. Ich spüre hier, dass dies dein Leben ist. Diese unendlich schöpferische Kraft in dir. Und dein zukünftiges Ich lächelt dich hier noch einmal an. Und dann verabschiedest du dich und du gehst über diese wunderschöne goldene Brücke wieder zurück in dein Herz. Und während du diese Brücke entlangläufst, fühlst du dich immer leichter und leichter. Und immer mehr verbunden mit dir und deinem Urvertrauen. Und vor allen Dingen ist dein Herz ganz erfüllt von Dankbarkeit. Dankbarkeit für alles. Was war, was ist und was kommt. Und dann kommst du jetzt in deinem Herzen wieder an. Erfüllt, erfüllt, erfüllt. Atme hier noch einmal tief ein und aus. Und dann öffne deine Augen. Komm zurück ins Hier und Jetzt. Ich spüre hier noch einmal nach. Ich spüre hier noch einmal nach.